Da. Du Torehels, wer brauchst du was? Fragen, wie ich hergekommen bin. Ja, klar. Wie bin ich hergekommen? Aber mein Vater ist noch immer noch lebendig. Sie sind in der Stadt der Aschina. Aber sie werden sofort wieder benutzt. Wenn du dich, dann wird das Geld genug. Blut? Blutlinie? Was geht ab? Was ist das Geld? Was ist das Geld? Ich weiß gar nicht, was ich wissen. Aber es ist das Geld. Es gibt eine spezielle Geld. Der Vater hat das Geld. Deshalb ist das Geld? Das Geld? Ich habe mich nicht verabredet. Du bist das Geld. Ich habe das Geld. Ich habe das Geld. Ich habe das Geld. Ich kann das Geld nicht verabreden. Okay, was hat mit meinem Arm auf dich? Ich habe das Geld nicht verabreden. 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 Ich habe es gehört. Es wird auch ein Mann verbreitet. In der Kirche, in der Kirche, gibt es auch so ein Mann. Es ist ein Mann, und es ist ein Mann, und es ist ein Mann, oder? Alles klar. Er schnitzt den ganzen Tag die Dinger oder was? Auch böser. Er schnitzt den ganzen Tag die Dinger oder was? Das ist scheiße. Wo hier? Der Schmerz der Schmerz des Schmerzes ist was ich, nicht. Es ist ein Mann, der Heilige Geist. Es ist ein Mann, der Menschen mit uns in einem anderen, zu gehen. Sie sagen, dann werden Sie sich das, mit uns in einem anderen, zu gehen. Es ist ein Mann, kein problem haben wir verstanden so das ist speichern aus figuren die das dienen als checkpoint genau und so gut wunderbar er sagte oben rechts hier liegt was noch mehr rum ach da steht da steht Ich habe mir die Hoffnung geflügt. Ich habe die Kraft mit dem Schiff. Ich werde nur mit dir sehen, dass ich mich nur mit mir sehe. Ich werde mich auch mit Emmaus interessieren. Ich möchte mich an den Kursi nutzen. Wie ein Kursi? Ich habe mich nicht mit meinem Beinreis. Ich habe keine Ahnung, nur ich... ... dass ich dich helfen kann. Ich habe das auch benutzt. Ich habe keine Ahnung, aber... ... ich habe keine Ahnung von meinem Vater. Ich habe einen Schraub für den Schraub. Das ist... ... das ich eigentlich gemacht habe. Das ist das, was ich gemacht habe. Ich will, um den Kuss zu retten. Was ist das, was der Kuss gemacht hat? Ja. Ich habe mich für Kulow-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow. ¿Nein yüz? Also könnte Kulow-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow schon ein bisschen, wenn ich das kalsin habe? Was. Ich bin Protect Red! Los certificateез. Los dependent-lweb oder die Argane so mit deinem Kulow-Kulowā-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow und den Kulow-Kulow-Send. Was ich für� pulgas? Du bist den Kulow-Kulow-Kul! Best Cuba-Kulow-Kulow-Kulow-Kulowa-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow habe Daniel und Judei, deshalb viele öffnen dieser Kulow-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow-Kulow. Alles klar. Ein bisschen reden. Ja, was soll man sagen? Sekiro halt. Wird halt viel Quatsch. Okay, oben rechts. Oh, hier. Gebetskasten untersuchen. Ah, nee, Gabenkasten. Objekte, die woanders nicht mehr verfügbar sind, befinden sich im Gabenkasten. Hä? Woanders nicht mehr verfügbar sind. Wenn der Kasten erleuchtet ist, hat ein weiteres Objekt den Weg hineingefunden. Objekte können durch Untersuchung des Kastens und Geld erlangt werden. Hä? Objekte, die nicht mehr verfügbar sind. Was? Ist egal. Oh, das sieht nicht so gesund aus. Oh, das sieht nicht so gesund aus. Was? Wenn ich auch nicht will? Easy. Easy. Hm? Ja, ich werde nicht mehr sterben. Warte, warte, warte. Sokomo-to Was ist das, was ich? Ich habe immer noch einen Schwarz mit dem Schwarz. Sokomo, ich habe mich nicht mehr, und ich habe mich nicht mehr, um den Schwarz zu retten, um den Schwarz zu retten. Ich habe mich nicht mehr, weil ich nicht mehr, ich werde mich nicht mehr aufnehmen. Wie ist das? Nö. Du bringst ja keine EP. Ohne EP bringt mir das ja nix. Okay, das ist schnell rennen, das ist gut. Dann kann ich auch nicht mehr Kameratehen. Das ist auch blöd. Greifhagen, mit den Greifhagen des Genobi-Prothesen erreichst du andere Worte, Greifhaben, LT, alles klar. Wenn ich hier lang will, sterbe ich wahrscheinlich, oder? Ne, da unten ist Grund, oder? Ne, ich riskier's mal nicht, ey, so. Greifhagen. Cool. Da läuft jetzt blau. Also grafisch macht's einen fiesen Eindruck. Puh, ich dachte, es geht drauf. Alter, ja, jetzt abgehen können. Okay, Checkpoints sind gut verteilt, ist gut. Da freut man sich. So, da wollte ich sagen, rein ins Abenteuer. Jetzt kannst du zwischen Figuren und Bildhauern reißen, den du besucht hast. Reißen? Ne, rasten? Oder warum nicht rasten? Rasten ist speichern, oder? Ich hoffe, ich verstehe es nicht. So, Vitalität 10, Angriffskraft 1, Erinnerung 0, Gebetspär 0, Göttliche Hilfe 30. Was ist denn Göttliche Hilfe? Gehen wir's mal nach oben. Was? Ein Konfekt aus dem Sembo-Tempel von Ungu gesegnet. Reduziert kurzzeitig den Vitalitätsschaden. Man erhält den Segen, indem man den Konfekt verzehrt und die Ungu-Haltung einnimmt. Hä? Der Geiststurz ist entstammt der Übermaße an Karma des Menschen. Man muss hart auf das Konfekt weisen und es ertragen. Das Sembo-Münch verteilt dieses Konfekt in Aschina als Tribut an ihre Militärhelden, gell? Das sind die Waffe, damit sie hier nicht... Oh, Gegner. Darum leuchtet's. Einmal ihr blockt, einmal pariert. Feinde lassen Beute fallen. Gelb bla bla bla. Drücke, um einzusammeln. Alles klar. Ne, passiert nicht. Ach, gedruckt halt. Alles klar. Ein Stück Keramik, weil ein Wurf mit einem kräftigen Knang zerbricht. Würfe es, um Feinde abzulenken. Das Werfen und Zertrimmung dieser wahre Kinder in Aschina sehr beliebt. Alles klar. Lassen werfen. Hinten gab's was. Ah, hier ist einer. Er visiert mich an, er visiert mich an. Ist egal, ist tot. Alles gut, alles gut. Ich hab'n. Ich hab'n. Alles ohne Kontrolle. Alles ohne Kontrolle. Hier ist nichts ohne Kontrolle. Ist egal. Noch mal so'n Keramik-Splitter. Werfen, ablenken. Pa! Das ist was für Anfänger. Das ist genau das Richtige für mich. So. Zwei? Zwei, oder? Ich sehe nur zwei. Einmal. Okay. Na, 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 na. Wunder? Oh. Ah. Keine Hunde. Ah, doch. Wunder. Kamerakamera. Und Daumen. Da ist noch ein Gegner. Alles klar. Lass mich um alles einsammeln. Ob ich kann man sich davon Rüstung kaufen oder sowas. Mehr Kügelchen. Aufheben. Noch mehr Asche. Sehr gut. Ah, hier von der Sonne. Ich war aber wohl besser. Schlaupe benutzen. Bla, bla, bla. Nein, noch nicht. Achso, der ist. Der ist. Der ist. Nehmen wir die Flasche. Weil die halt sich ja dann irgendwie im Bedarf. Hat er gesagt. Der hat nichts. Alles klar. Okay. Der Ugo springt gar nicht nicht. Gegner. Sollen wir das Glocken beüben? Down. Noch mehr Kügelchen. Hm. Da komme ich noch nicht hin. Ja auch nicht. Alles klar. Easy. Kann er da, wa? So. Auf ihm. Noch mehr Keramik. Halt, lag da was? Ne, war Fackel. Kann man die Tür öffnen? No. Kein Problem bisher. Noch mal eins, zwei. Blau. Oh, blau. Hä? Speichert mit mir. Auf jeden Fall. Ah, ha, 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 ha. Save. Das ist ein Jahr. Dann müsste er das in die Tür gehen. Kürbisflasche aber doch voll sein. Das klang gerade wie ein Hund. Da ist er auch noch. Ah! Hab ich den nicht weggekretet? Warte mal, das muss ich noch mal testen. Das heißt, wenn ich raste, kommen die alle über 3, ja? Wer macht sowas geknacktes? So, einmal hier rastet. Der Wolf ist da. Der Mensch aber nicht. Wolf ist platt. Wolf ist platt. Warum sollte man hier drauf gehen? Nee, hier war doch so. Warum will ich hierher? Ich glaube nicht, dass ich da rüber springen kann, auch wenn es da brennt. Hm. Hm. Ist egal. Ist das eine Hand? Hehehe. Geh mal mit. Ja, meine Monsterhunter-Erfahrung macht's, das ist es. OP. War ich hier schon? Ich glaube nicht, oder? Doch. Warte mal. Da war das Tor mit den 3 Typen. Dann gibt's ja nichts. Der sieht böse aus. Oh, da lag was. Wurfsterne an Einvermechanismus. Genie-Dopen gebautes Gerät, mit dem man einbauen. Shinobi-Prothesen funktionieren. Das Prothesen-Modul. Das passen überraschend viele Wurfsterne ins Handgelenk. Oh, das ist gut. Aber ist das nicht der Typ, der vorhin den Kleider getragen hat? Prothesen-Modul anpassen. Shinobi sind alle da. Geht zum Bildhauer und reißt zurück und holt das Ding. Ist das wichtig? Mach mal, oder? Wenn's wichtig ist, wird's gemacht. Wurfsterne schmeißen. Wenn das unendlich viele sind, ist das auch gut. So, wie reise ich? Reisen. Ja, dann. Genau zum Tempel. Nicht einmal, Olbi. Nicht einmal. Ich bin perfekt durchspaziert. Da wartet aber einmal. Am Anfang hier der Typ, der da unter der Ecke stand, mich zerlegt hat. Weil ich musste da schleichen. Irgendwie hat er mich entdeckt und dann gekillt. Dann... Wo bin ich zweimal gestorben? Gar nicht. So doof? Doch, der ein Typ hier und so ein Dings, der hat aber... Der war unfair. Ich glaub, der hat gecheatet. Ich glaub, der hat gecheatet. Hör auf den Kopf. Hör auf den Kopf, oder? Oh... Oh, Shinobi-Gishu war... ... die Hör auf den Kopf. Aber moin, Olbi, schön, dass du da bist. Willkommen beim etwas längeren Let's Play. Willkommen beim etwas längeren Let's Play. Was? Was? Wie viel zu tun? Ich weiß nicht. Ich bin immer noch... Ich bin immer noch... Ich bin immer noch ein Eingang. Ich bin immer noch ein Eingang. Ich bin auch ein Eingang. Wer ist das? Ich werde das nicht verbringen. Ich werde das nicht verbringen. was ich streame. Sei es Sekiro, was ich ja gerne mal anfangen wollte, weil das Setting ist ganz cool, ganz interessant. Ich habe ein bisschen was gesehen, ist auch bestimmt Hammer. Ich weiß, es ist bockschwer und wahrscheinlich für meine Kategoriespieler sehr lange Herausforderungen, aber alles nur eine Frage der Geduld. Oder spiele ich bei Kyo Chronicle. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, damit du mal ein bisschen lachen kannst. Einfach nur deswegen ein neues Modul herstellen. Reguläre Shinobi-Module, die du in der Welt findest, können im Menü neue Prothesen erstellt werden, an die Shinobi-Prothese angepasst. Blablabla. Ja damit. Geladen, Wurscht, dann rein, rein damit. Wie gesagt, der absolute Anfänger. Ich habe keine Ahnung von diesem Spiel. Ich weiß, es geht hier... Oh. Passendes Modul, ausrüsten, anlegen, benutzen. Alles klar. Ähm, ich weiß, dass es hier so Dark Souls mäßig sein soll, ist... Keine Ahnung, ich habe die nie gespielt. Die Spieler, das war nie was für mich. Ähm, aber... Ist ja Wurscht. Einfach rein. Wird schon schief gehen. Äh, Shinobi-Sterne. Wurfstern schädigt Vitalität und Haltung eines Gegners und fügt besonders springenden Feinden. Ich blieb Schaden zu. Wie viele Sterne habe ich? Wie viele Wurfsterne habe ich? Unendlich, oder? Ne, ist ja rot. Wenn das rot ist, habe ich... Ne, ich muss ja eh reißen. Äh, das ist ja... Alles gut. Alles okay. Geist-Embleme werden zum Aktivieren von Prothesenmodulen benötigt und bei jedem Einsatz verbraucht. Erhalte Geist-Embleme durch Besiegen von Feinden in der Welt oder durch Kauf von Figuren des Bildhauers. Sie finden ihren Weg zu dir, wenn du in ihre Nähe kommst. Hä? Bis dahin alles klar. Der letzte Satz aber dann schon wieder. Sie finden ihren Weg zu dir, wenn du in ihre Nähe kommst. Hä? Was? Ist okay, ja. Das fühlt sich doch beim Reißen auf, oder? Ich kaufe ja nichts. Hier war ich, oder? Ja. Das Einzige, weil ich kaufe, ist vielleicht eine Rüstung, besseres Schwert. Falls es so passiert, kaufe ich sowas. Ansonsten nein. Konnte ich nicht aussuchen. Hat von Anfang an gestartet. Hö ist denn? Hallo? Geht's noch? Denn da würde ich ja easy anklicken. Hö ist denn? Ja, so geht's auch. Ist der da hinten schon getriggert, der Wolf? Da ist er noch? Ne, da ist er noch. Da war einer. Ich will da hoch. Dann noch mal hier zum Hahn. Okay, so komme ich nicht hoch, verdammt. Nehmen wir das da. Passt schon. Ich will mich noch mal mächtig fühlen. Warum nicht? Ich würde gern 25 mal den ersten Zwischenbuch sehen. Hahaha. Habe ich den nicht schon besiegt? War das nicht der Typ dann? In dem Tutorial mit diesen zwei Punkten hinten dran? War er doch, oder? Ach, keine Ahnung. Ist mir auch wurscht. Der hier ist mir nicht ganz geheuer. Der hat zwei Punkte. So nicht. Du siehst mich nicht. Aber zum Geben checken? Warum soll ich gehen nicht kämpfen? Einfach weiterlaufen. Ne, ich bin ehrlich, das habe ich schon im Video gesehen. Manche Feinde verwenden gefährliche Angriffe, die sie nicht abwehren können. Was? Manche Feinde verwenden Angriffe an, die ich nicht abwehren kann. Um so ein Symbol, Stoßangriff, Treffer, parieren. Rundum, Treffer, springen, springen. Was? Nochmal. Manche Feinde verwenden gefährliche Angriffe an, die nicht abgewehrt werden können und durch ein Gefahrsymbol zu erkennen. Hier hatte ich vorhin. Bei einem solchen Angriff musst du gut aufpassen und entsprechend reagieren. LP, bei Stoßangriff, Treffer, parieren. A, bei Rundangriff, Treffer, springen, 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 springen oder Sprinte bei Greifangriffen oder Reichweite oder Ausdeckung. Einfach ausweichen. Gartig. Hey! Ausweichrolle ist sogar okay. Er tritt. AP wäre am Boden ausweichrolle. Ach, ja, ja, okay. Das war das rote Symbol. Alles klar, war das rote Symbol. Easy. Der Klob ist sinkend. Oh! Ey, ich war aus Open Range. Google essen. Google essen. Da haben wir sie ja. Oh! Ey, ich war aus Open Range. Hey, hey, ich war schneller, ich war schneller, ich war schneller. Ab. Easy. Weiß nix. Viel Spaß, ich auch nix. Sofort zu zweit. Gebetsperle. An eine Figur des Bildhorsers, vier davon. Dazu bringen erhöht die Haltung und Vitalität. Kürbissamen. Kontumierlicher Halk. Kann Emma hier maximale Verwendung halten und Kürbisfrasche erhöhen. Durch und seine Schülerin Emma entdeckten die Kräfte des Samens. Alles klar. Komm. Den Penner habe ich. Wer war das? Spielt keine Rolle. Einfach mitnehmen. Okay, ich habe so einen Kürbissamen. Das heißt, zurück zu der Dame. Und dann kriege ich dann vielleicht mehr Heilkraft. Warum nicht? Ich weiß, ich habe jetzt Glück gehabt, ob es mir egal ist. Gut durchgekommen. So. Einmal reißen. Die Option Kürbemerkmale verbessern. Wurde eine Figur des Bildhors freigeschalten. Was für eine Figur? Hier. Kürbemerkmale. Du hast nicht vier Gebetsperlen. Also. Reißen. Dahin. Zum Tempel. Dann kriege ich meine Kürbisflasche wieder. Das ist gut. Mehr Kürbis. Mehr Heilkraft. Länger leben. Länger leben. Mehr draufhauen. Mehr draufhauen. Gegner platt. Einfacher geht es nicht. Ich werde noch so heulen in dem Spiel. Ich weiß es. So.